Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Trading Card Game Online. Er hat ein bisschen spät angefangen, tatsächlich und ich hoffe das Spiel geht noch los. Okay gut, Triza hat es geschafft, ihr habt gewonnen, wer wer denn mal... Wir machen mal nicht. Also er hat auch ein Wasser-Normal-Deck und wir haben einen richtig starken Anfang. Also eigentlich wie eben, also für mich eben, das ist ja immer noch das Turnier, ja wir sind im Turnier. Ich habe eben nicht geschafft fertig zu essen, war ja klar oder? Aber gut. Wie unlucky er ist. Wobei, das ist immer... Hm. Das ist gerade schwer. Ich muss gerade mal kurz überlegen. Ich würde sagen, den Level-Ball opfern wir einfach und den EP-Teiler brauche ich, denke ich mal, sowieso nicht. Please, ne, wenn jetzt Garados nicht da ist. Okay. Ne, das wäre es jetzt gewesen, ey. Ich würde sagen, wir pushen einfach unser Carbador. Ähm... Hier, was wollte ich jetzt sagen, diese, die Karte... Die Stadionkarte, ähm... Bringt mir jetzt nicht so viel, weil er halt auch Wasser hat. Wie viel Rückzug hast du? Na, einen hat sie auch noch. Okay. Weil... Äh... Garados brauche ich jetzt für Suicune, ne? Denk ich mal, hat man gesehen, blickt man durch, denk ich mal. Wieso auch nicht? Wer ist das? Glaziola, ne? Uh, Glaziola. Was hat der für... Miese... Attacken, Alter. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir nehmen ihn, doch. Und holen uns irgendwie was... Also nicht das, nein, nein, nein. Aber sowas hier zum Beispiel. Oder eine Heilungskarte so an sich selber. Mal schauen. Vielleicht gehe ich doch noch auf Labras. Bin mir noch gerade unsicher. Geht jetzt auf Glaziola auch. Also das würde gegen meine Ex-Pogma nix machen. So erstmal, ne? Wir... Ah, das war dumm eigentlich. Wir holen uns mal... Doch, wir holen uns ihn. Ich hätte erst Töne nehmen sollen. Vielleicht wäre er dann schon am Fitzel gekommen. Wow. Wen bräuchte ich jetzt noch? Wer wäre gut? Wer wäre nicht gut? Wir haben eine Heilungskarte. Nehmen wir doch erstmal Raure See. Okay. Einfach nur aus dem Grund, weil er hat nicht sowas, was mir wirklich richtig viel Schaden machen kann, ja? Wir haben wie 70. Da haben wir 70. Gut eher, ne? Und die beiden, ja, sind halt noch Basis-Pogamon, so, ne? Ja. Bollenhelm. Ja, den werde ich jetzt... Ich mein, please. Ich hab keine Attacken zum Angreifen. Was ist los mit ihm? Wir haben einen richtig schönen Start, ja? Er hat zwar zwei von seinen auch richtig gut gepusht erstmal, so an sich, ne? Nice. Nehmen wir uns jetzt ihn. Und dann, ähm... Würde ich sagen... Tun wir ihn eine ran. Machen Rückzug. Gut, das ist jetzt schwer. Ja, wir machen das. Ist halt schlau, ne? Ich hoffe, ich krieg jetzt eine Energiekarte wieder. Danke. Und, ähm... Den Beulenhelm kassiere ich gerne. Ja, ne, ist jetzt weg. Noch eine Energie ist auch super. Das ist... dumm. Ich muss mal schauen, ich muss gerade mal überlegen. Ähm... Kommt drauf an, was wir gleich noch kriegen. Also, je nachdem kann ich ihm halt Schaden zufügen. Ich denke mal, wir werden das aber ganz easy machen. Wobei, ich kann ihnen ja gar keinen Schaden mit denen machen. Ähm... Stimmt, das fällt mir gerade auch mal ein, ne? Ich hoffe, er hat keine... Okay. Er hat zwar... Kai Barsch war aber okay. Ja, wenn er jetzt keine Energie hat... Ähm, ist es... Okay, er hat keine... Das war so wichtig, ne? Ich hätte ihn ja mit ihm gar nicht angreifen können, fällt mir ein. Könnten wir es jetzt töten? Wir könnten 60, 90... Nein. Ich kann es nicht töten. Wie viel hat das? 60. Also, das töten wir jetzt auf jeden Fall. Ey, wir haben das Finale gewonnen. Wir haben es gewonnen. Ich habe im... Ich habe im Let's Play das Finale gewonnen. Ist ja unfassbar, ne? Ist ja unfassbar. Ich würde sagen, wir gehen auf... Ja, ist ja gut. Wollen wir doch auf ihn gehen? Wir gehen auf ihn. Ich überlege gerade... Wir greifen hier mit Botengang an. Oder machen lieber Botengang. Holen uns noch mal so eine. Oder wir holen uns die hier. Oder habe ich die gekampft? Ne, habe ich natürlich nicht. Ja, wobei, das baue ich ein. Ich nehme einfach noch mal so eine Karte. Wir nehmen wir... Hm, ja. Passt schon. Toten. Selbst wenn du jetzt eine Energie kriegst, habe ich ein Basispokémon. Das war mir halt wichtig gerade. Boerenhelmer... Ok... Wie wird das eigentlich... Ok... Heißt... Hm... easy going wir tun ihnen eine ran können ihn halt jetzt ja in ordnung wollen wir wir greifen einfach mit wasserplatsche an hoffen dass es 100 werden ja es werden 100 und kassieren von mir aus auch den shit der kann mich auf jeden fall nicht töten jetzt hat er noch 100 und shit shit warum also ich werde jetzt auf garados gehen muss ich ja also mit energie karten man jetzt sonst komme ich einfach nicht auf den damage den ich brauche wir werden jetzt einfach switchen zu ihm einmal gigantisch angreifen dann einfach mit schleier schlitzer wir mal runter da und dann hat er sich 90 hatte dennoch hatte 80 kommt auch an was er denn noch macht so hat er noch eine heilungskarte hat er jetzt vielleicht wobei das wäre egal das ist egal und stellt gut wir können ihn also wie sie jetzt platt machen easy greifen wir die da gigantische dingstens an hier und dann hat er 50 und dann besiegen wir es und da müssen wir noch sein zu coolen besiegen und dann sind wir durch aber er kriegt anscheinend kriegt anscheinend keine energie jetzt holt er sich welche und dann Wow. Oh, wartet. Ehm. Ehm. GG. Das war jetzt ganz in Ordnung, ne? Oh, shit. Und leider nur zweimal. Damit haben wir das Turnier gewonnen. Das war's, Leute. Gewonnen. Was kriegen wir? Ein Ticket. Wow. Was habe ich alles bekommen? Fünf Packs? Oder, ne, ich habe drei bekommen. Das Eimer, das Eimer, das Eimer und das Eimer. Weil es wird mir jetzt zweimal gezeigt, weil ich sie ja zweimal bekommen habe. Bin zum zweiten Mal Erster geworden. Und da würde ich sagen, öffnen wir sie gleich mal. Komm, komm runter. Alter. Alle neu. Oh, ist das hier... Aber das ist hundertprozentig, ne? Das ist nicht so wie der andere, wo man eine Münze werfen muss. Digga, ich habe so das Gefühl, ne? Hier ist eine Ex-Karte, alter. Oder eine Mega-Ex. Oder... Oder... What? Wenn an diese bereits Pflanzenenergie angelegt ist, verfügt es über 200 Grund-Kp. Was? Und das ist auch gut. Weil ich habe irgendwie immer viel auf der Hand. Ich habe immer viele Karten auf der Hand. Immer. Ich brauche nur zehn Handkarten und mache 100 Schaden. Und dann habe ich... Wenn ich da eine Pflanzen dran lege, habe ich einfach 200 Kp. Eigentlich gar nicht so ein schlechtes, ne? Geh mal weg da. Geh mal weg. So, dann eröffnen wir noch die beiden. Und dann werde ich mal, denke ich... Noch was hinten dranhängen. Einfach die 650. Was ich gleich nochmal zeigen werde. Hier haben wir nichts... Oh, das Jurope sieht cool aus. Ist zwar nicht stark oder so, oder... Und ein Doppelfarblos ist auch nochmal gut. Und Kaputops. Kaputos. Dumm versehelt. Verbannte Erde, das hatte ich noch nicht. Und Monocito. Und... Ich habe ein weißes Kyurem. Ein geiles Pokémon. Für mein Wasserdeck. Dieses Pokémon kann während des nächsten Zuges nicht anreisen. Ist zwar... Nicht gut, also mal schauen. Hier hinten haben wir noch sowas kleines, ne? Mal schauen, ob ich das mit reinnehmen werde. Also, wie es aussieht, nicht, aber... Alter. Ich habe Simsala... Ich habe Mega-Simsala-Ex. Zwar nicht Simsala-Ex, aber... Die habe ich schon. Oder? Ich habe auf jeden Fall ein Seedracking-Ex. Jetzt habe ich ein zweites. Warum nicht? Warum gehe ich hin? So... Wasser... Pokémon-Ex. Oh... Fail des Jahrhunderts. Es ist ja gar nicht... Ich habe tatsächlich zwei verschiedene, aber es sind... Also, es ist die gleiche Karte, nur sie sieht anders aus. Also, es ist die gleiche Karte. Sie haben genau dieselben Angriffe, genau alles gleich. Nur es ist... Die einmal so und die einmal so. Ups. Die kann ich sogar tauschen. Die hier nicht. Ich verstehe nicht, warum man die nicht tauschen kann. Ich habe sie auch aus einem Pack gezogen. Please, ne? Ist halt echt so. Aber gut, ich will sie eigentlich auch nicht tauschen, ne? So, und ich denke, ich werde jetzt noch was hinten dranhängen. Ich werde jetzt noch so lange spielen, bis ich 650 Münzen habe. Ich habe das im letzten Part schon gesagt. Aber jetzt sage ich es nochmal, falls wer das nicht... Gesehen hat oder so. Hier sind halt drei Booster-Packs mit zehn Karten. Und ein Megania. Da ich... Komischerweise habe ich die... Ich habe gerade in jedem Spiel 25 Münzen eigentlich gewonnen. Aber die wurden mir gar nicht zugerechnet. Aber gut. Das Gute ist, ähm... Ich muss höchstens noch neun Spiele... Ne, gar nicht. Ich muss gar nicht mehr neun Spiele gewinnen. Ich muss halt nur noch ein paar Spiele gewinnen. Das sind... 35. Ja, höchstens vier. Gewinnen. Vielleicht habe ich nochmal einen dabei, der im Vorteil ist, denke ich 15. Da sind es drei Spiele, was ich gewinnen muss. Das werde ich jetzt denke ich mal noch schnell machen. Dann öffnen wir noch drei Packs. Dass... Dass der Part nicht zu kurz ist. Ich... Muss gleich nochmal auf die Zeit gucken. Kann ich ja gleich wenden. Weil es kommt eh der Schnitt. Und dann öffnen wir gleich einfach die Packs. So gut. Äh... Boah. Das ist... Mir fehlte tatsächlich eine Münze. Zu den 850. Weil... Mit den 56 dachte ich mir... Den kannst du ja noch eins holen. Da fehlte mir eine Münze. Und das letzte Spiel war so anstrengend. Das war so ätzend. Oh mein Gott. War das ätzend. Mann. So eine... Ne. Ich sag's jetzt nicht. Aber... Kann man sich bestimmt denken, was das für eine war. Wir kriegen auf jeden Fall... Kannst du eine, die an deinen angelegt ist, an ein anderes legen. Boah. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und... Und wir haben... Coole... Hardgolds und SoulSilver Packs. Kann man das jetzt nochmal kaufen, theoretisch, oder? Weil die Hardgolds und SoulSilver Packs kriegt man ja hier jetzt nicht mehr zu kaufen. Oder kann man das hier gucken? Hier ist ja auch... Sind ja nur noch die. Nur um Hardgolds und SoulSilver Packs zu kriegen, ja? Da kann man sich mal... Können wir mal machen, ne? Sagen wir uns aber einfach noch so einen... Drachen... Ich liebe die Drachenleuchten. Die sind cool. Dann holen wir uns auch noch eins. Und dann öffnen wir die nochmal kurz. Also... Es hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Wobei es ist schon ziemlich spät, ne? Hm. Öffnen wir erstmal das Drachenleuchten. Der hier ist jetzt kein gutes... Drachen-Pokémon drin, alter. Wer? Dratini. Hab ich zum Beispiel noch nicht gehabt. Galagladis Geistesband. Bunt. Ne, ja. Oh, zwei selten sogar. Hat sich gelohnt. Ohne Hierarchie. Egal, nein, nein, nein. Das war ne... Dieses Hierarchie... Habe ich schon... Ja gut, jetzt nicht oft, aber schon ein bisschen... Habe ich es schon gesehen bei Gegnern, aber noch nie in Aktion. Digger, was? Rai Quaser X! Und dann noch so eine coole Karte, alter. Guck euch diese Karte an. Oh mein Gott! Oh shit! Was gibt's noch so für Karten von Rai Quaser? Okay, was ist hier? Hat eine mega Entwicklung. Wenn ich so gucke... Ist das der gleiche? Ja. Der ist anders und der ist anders. Die haben andere Attacke... Oh, 300. Also ich würde sagen, ich habe eins der cooleren. Weil, guck mal, das geht so, ne? Das... Ich weiß nicht, was ich von diesen Karten halten soll. Ob sie supergut sind oder ne? Ich bin mir noch unsicher. Na, weiß ich nicht. Guck. Ich habe halt das und... Wie sieht das aus? Ja... Was? Ist das shiny? Oder was soll das sein? Ich weiß nicht, wie das shiny aussieht, aber es sieht sehr shiny aus. Ja, ich denke, wir haben doch eins der besseren bekommen. Also eins der besseren... Vom Aussehen her, der Karten, ne? Von der Coolness. Alter! Was? Wie lange? Krass. Also hier müssten jetzt alle neu sein, weil so eins habe ich noch nie gehabt. Konnte man sich auch, wie gesagt, nicht kaufen. Hat man ja gesehen. Alter, ein cooles Nokcan. Himmelheap. Und Scanner. Aha, aha. Ein geiles Sichtlor hier. Das sieht wirklich cool aus. Ein Steuerer ist ganz cool. Und... Bluebella. Wirft drei Münzen. Dieser Angriff fügt 30 Mal in der Anseckkopf. Bluebella schläft jetzt. Wow. Okay, wir öffnen noch eins. Es geht einen kleinen Ticken schneller, aber auch ziemlich lange noch. Das sieht ja mal mega scheiße aus. Da haben wir wieder das Sichtlor. Nur jetzt ist es nicht so schillernd. Ich muss sagen, diese Karten sehen sehr komisch aus. Dann trifft Zeppli. Auch wieder so ein... Gibt es hier überhaupt Ex-Karten oder so? Okay, eine seine... Darf er sich die ja denn aussuchen? Oder... Wie läuft das? Ich glaube, hier gibt es keine Ex-Karten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Da haben wir schon zwei, drei, doppelt. Aber hier gibt es immer zwei irgendwie, ne? Trainingsweisen. Oh. Ich schaue dir die obersten Punkte an. Wähle zwei. Und nimm sie auf die anderen. Okay. Wow. Hä? Ziehe zwei Karten. Anschließend leg dein Gegner eine seiner Handkarten auf den Ablagestapel. Hä? Blumenfrau. Drei Pokémon und drei Basis-Energie-Karten. Traummagier. Okay. Es geht. Und ein cooles Hund-Dämon. Cool. Das verteidigende Pokémon kann sich im nächsten Zug deines Gegners nicht zurückziehen. Ja, es geht, ne? Das Hundemon sieht cool aus hier mit dem Auge auch. Oder war doch... Wenn ich hier bin, sieht man das beim Auge. Wenn ich da bin, sieht man es irgendwie nicht so wirklich. Wenn ich hier bin, ja. Okay. Reicht jetzt. Gut. Ja, ich weiß nicht. Hat sich jetzt nicht so ganz gelohnt, die drei Hard-Gold-Soul-Silver-Packs, ne? Ich wollte hier einmal gucken, was ist, wenn ich auf ältere Karten gehe? Die sind alle ältere Karten, oder was? Weißt du es jetzt? Ich dachte, das müssen wirklich alte Karten sein, weil die sind doch jetzt nicht alt. Also ältere Karten halt, ne? Da gibt es ja ein Turnier, was nur mit älteren Karten geht. Das hier. Und da kriegt man ja auch Schwarz- und Weiß-Packs und Hard-Gold-Soul-Silver, ne? Ich meine ja nur, ne? Ich meine ja nur. Und deswegen dachte ich, ich kann dann da nicht teilnehmen. Aber wenn das geht... Ich habe noch sechs. Vielleicht werde ich das entweder persönlich spielen oder mit euch. Vielleicht gewinnen wir dann. Wobei, es lohnt sich nicht wirklich die... Na, die lohnt sich irgendwie nicht so wirklich. Hab man ja gerade gesehen. Hat man ja gerade gesehen, dass die sich nicht so wirklich lohnt. Auf jeden Fall würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt hier fürs Zuschauen. Hoffe euch. Hat dir überhaupt gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und... Ciao! Ciao!